Interaktive Ausstellung versüßt Einkauf. Seit gestern kann man in der Plauner Stadtgalerie tüfteln und knobeln. Knapp 40 Experimentierstationen laden Jung und Alt zum Mitmachen ein. Dabei gilt es unter anderem 3D-Puzzles zusammenzufügen, Codes zu entschlüsseln oder Geschicklichkeitsaufgaben zu lösen. Kurzum, die Besucher sind eingeladen, sich spontan und intuitiv mit mathematischen Tüftel- und Knobelaufgaben zu beschäftigen. Sollte jemand nicht auf die Lösung kommen, helfen eine Broschüre oder eine kompetente Betreuungsperson weiter. Darüber hinaus werden auch Führungen für Schulklassen und Vorschulkinder angeboten. Bis zum Ausstellungsende am 7. März sind noch freie Termine verfügbar. Anmeldungen nimmt das Center-Management entgegen.